Zuerst war das Schaf. Dann kam der Schlafsack. Zusammen ergibt das einen Wollschlafsack. Dem Schaf ist weder im Sommer zu warm, noch im Winter zu kalt. Einem Schaf macht selbst Regen nichts aus. Wolle riecht nicht. Ein Schaf trocknet schnell. Das Fell wächst von alleine nach. Ein Schaf kann gewaschen werden. Unser Schlafsack auch im Wollwaschgang mit Wollwaschmittel. Mit Wolle schläft man ruhiger und ist viel fitter am nächsten Tag. Wie geht das? Die filigranen Kapillaren der Wolle machen all dies möglich und machen unseren Schlafsack so perfekt. Besser schlafen, super Klima, klein und leicht, unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Die Wollschlafsäcke von Grüezi-Bag. Grüezi!